Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Kaum zu glauben aber war, zehn Jahre ist es nun schon her, seit Matthew McConaughey und Woody Harrelson als ungleiches Bodycop-Duo Louisiana unsicher machten und einen bizarren Mordfall aufklärten. In der ersten gefeierten Staffel von HBO's True Detective. Zehn Jahre später ist die Serie zwar etwas unter ferner Liefen gelaufen, aber mittlerweile in der vierten Staffel. Ab dem 15. Januar kann man sie exklusiv auf Sky bzw. Wow hier in Deutschland sehen, parallel zu US-Ausstrahlung bei HBO. Wir konnten aber schon mal vorab einen Blick reinwerfen und nicht nur einen Blick, sondern wirklich die komplette Staffel vorab sehen. Vielen Dank dafür. Und wer sind wir? Wir sind eine Dreierrunde heute und natürlich Ladies first wie immer. Hallo Britt-Marie. Hallo zusammen. Und ja, wenn es um Serien geht, dann kann ich nicht widerstehen. Mein Lieblings-Feld-Sub für immer. Ich hoffe, er hat heute Hochdeutsch mitgebracht. Hallo Sven. Hallo zusammen. Schade, ich dachte, du springst drauf an. Ja, wir hatten die Möglichkeit, True Detective vorab zu sehen. Bevor wir da jetzt aber drauf eingehen und vielleicht auch so ein bisschen so aus den ersten Pressestimmen, die man so aus den USA so mitbekommen hat, seit das internationale Embargo gefallen ist. Wie stehen wir denn zu True Detective insgesamt? Britt-Marie, wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich habe alle Folgen True Detective, alle Folgen, alle Folgen auch, ja, aber alle Staffeln vor allen Dingen True Detective geschaut. Es ist ja jetzt Staffel 4. Eins hat mir sehr gut gefallen. Das war für mich bisher tatsächlich das Beste. Zwei und drei haben sehr geschwächelt. Da musste ich mich auch ein bisschen zwingen, die zu Ende zu schauen. Und deswegen hatte ich jetzt große Hoffnungen für Staffel 4. Vor allen Dingen auch, weil schon recht früh öffentlich bekannt gemacht wurde, dass Jodie Foster dabei sein soll. Dann dachte ich so, oh wow, ich erwarte mir Großes. Und ja, mal gucken, ob es das bisher erfüllt hat oder nicht mit unserem kleinen Einblick in die Serie. Ja, wie sieht es bei dir damit aus, Sven? Hast du auch alle drei Staffeln geschaut? Nee, ich habe nur die erste geschaut, weil klar, Hype, groß, Serienkillerjagd bin ich auch immer eigentlich sehr gerne dabei. Bei der zweiten und dritten habe ich ein paar Folgen gesehen, aber das hat mich null gecatcht. Und auf die vierte hatte ich tatsächlich, allein schon wegen der Location, die ich sehr geil finde, ewiges Eis, schöne Dunkelheit, da kann man was draus machen, da hatte ich richtig Lust zu. Ja, also bei mir ist, ich kann mich noch erinnern, so vor anderthalb Jahren war ich ziemlich aufgeregt, als ich gelesen habe, es kommt eine vierte Staffel und auch noch mit Jodie Foster vorweg. Also, Count Me In, Da Schweigen der Lämmer ist einer meiner All-Time-Favorite-Movies. Was True Detective angeht, ich habe die erste Staffel komplett gesehen, die fand ich großartig. Praktisch ein L-langer Film in acht Teilen, wenn man so will. Auch wunderbar inszeniert von Carrie Joji Fukunaga. Der zweiten Staffel wollte ich dann eine legitime Chance geben, mit der wollten sie ja wirklich ganz bewusst in eine komplett andere Richtung, damit das auch nicht irgendwie verglichen wird. Ja, es hat für mich trotz der sehr, sehr starken und vielversprechenden Besetzung überhaupt nicht funktioniert. Die fand ich teilweise wirklich schwer zu Ende zu schauen. In die dritte, das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal eingefallen, habe ich, glaube ich, mal reingesehen, aber das war eher so eine Phase meines Lebens, wo ich nicht unbedingt aufnahmefähig war für sowas. Die hatte ja Mahershala Ali als Hauptdarsteller, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Müsste ich irgendwann mal nachholen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich sehr auf die vierte Staffel gefreut, zu der wir euch jetzt hier einen Ersteindruck liefern. Also ab dem 15. könnt ihr das Ganze ja beziehungsweise die erste Folge auf Sky sehen. Wir werden uns jetzt hauptsächlich darauf beziehen, eventuell aber auch schon ein bisschen auf die zweite Folge, aber nicht darüber hinaus, weil wir müssen so ein bisschen, glaube ich, erst ausformen, was so die Grundprämisse ist. Und dafür braucht man eventuell auch noch die zweite Folge. Aber worum es jetzt hier eigentlich wirklich geht und was hier der passend zum Wetter der Schauplatz ist, darüber klärt uns der Sven auf. Bitteschön. Also kurz und knapp. Wir befinden uns in Ennis, Alaska und zwar in diesen Monaten, wo kaum oder kein Tageslicht fällt. In einer Forscherstation verschwinden Wissenschaftler. Ein Überbleibsel jedoch weist auf einen Fall hin, der sechs Jahre zurückliegt. Das war's. Das war's. Ja, mehr. Mehr Sagesstätten. So. Ja. Wo ist Jodie Foster? Also bitte. Ach gut. Es gibt natürlich auch noch einen Ermittler, du. Na, das ist doch klar, was da kommt. Ja. Ja, 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 ja. Ganz, ganz klassisch True Detective. Aber vielleicht auch nicht so klassisch. Da wären wir ja schon bei den Neuerungen. Wer so ein bisschen aufmerksam verfolgt hat, wie jetzt diese Staffel präsentiert wird oder auch schon im Vorhinein vermarktet wird. Diese Staffel hat ja erstmals einen Untertitel. True Detective Night Country. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich kommt das wirklich so ein bisschen wie so ein richtiger Neustart an. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass der bisherige Showrunner und Chefautor Nick Pizzolatto hier diesmal erstmals nicht mehr involviert ist, sondern abgelöst wurde durch eine Regisseurin aus dem Indie-Bereich. Eine Filmemacherin aus Mexiko namens Issa Lopez. Ich bin aber wahrscheinlich nicht der Einzige, der von ihr noch nicht so wirklich gehört hat, schätze ich, oder? Ja, richtig. Mir sagte der Name tatsächlich nichts, aber ich fand's ganz spannend. Also man erhofft sich ja so ein bisschen frischen Wind und jemand, der da halt das erste Mal so reinschnuppert in, ich sag jetzt mal, eine größere Serie mit mehr Budget und so. Ja, also da hofft man dann auf Kreatives. Ja, wobei ich nicht sagen würde, also ich empfinde's nicht als Reboot. Bei mir ist es einfach so, ich hab gedacht, nee, komm, das sind alles abgeschlossene Geschichten in sich. Wir wechseln jetzt halt mal wieder die Location. Nee, also von ihr wusste ich nichts. Also ich war komplett unvoreingenommen und hat mich einfach nur drauf gefreut. Interessanterweise haben wir hier ja ein Komplettspiegelbild der ersten Staffel. Und das finde ich so großartig, denn die erste Staffel waren ein Männer, es war auch ein Duo, das ermittelt hat, aber ein Männer-Duo in einer sehr trockenen, klimatisch heißen Gegend. Und es war so alles, es war irgendwie, es war so heiß und zwei Männer und so. Und jetzt sind wir halt kalt, Schnee, also am… Und nie Tag, nie Tag. Genau, also dunkel und eben ein Frauen-Duo, das ermittelt. Also wir haben im Grunde einmal, so was die Basis angeht, die Basis-Ausgangsposition für die Story, einfach wirklich einmal das komplette Spiegelbild. Und das finde ich sehr reizvoll. Ja, definitiv. Die Delocation hat mich persönlich auch schon gereizt. Also du hast ja schon gesagt, die erste Staffel war Louisiana, die zweite Staffel irgendwie glaube ich in einem Industriegebiet und die dritte mit Mahershala Ali, die spielte sich ja ab in den Ozarks. Und jetzt sind wir richtig weit nach Norden gewandert, nämlich nach Alaska. Und ja, direkt am Anfang, also die Region, wo wir uns hier befinden oder ja, Dorf, nee, Dorf ist das nicht, auf jeden Fall eine Ortschaft. Ennis ist zwar fiktiv, aber direkt am Ortsschild steht, welcome to the end of the world. Tja. Da ist dann schon dahingehend der Name-Programm. Ja, so die generelle Erwartungshaltung. Wenn Jodie Foster dabei ist, kommt man natürlich nicht drumherum, so ein bisschen einen geistigen Nachfolger von Schweigen der Lämmer zu erwarten. Und damit spielen sie vielleicht auch so ein bisschen. Aber dahingehend ist es auch im Grunde genommen die genaue Umkehr, weil in Schweigen der Lämmer ist ja Jodie Foster als Clarice Starling wirklich Neuling, also gefühlt von der FBI-Schule noch. Und hier ist es dahingehend ja wirklich das genaue Gegenteil. Die ist ja hier eher wirklich sehr abgeklärt und natürlich auch deutlich gealtert gegenüber von vor 30 Jahren. Aber auch ihr Charakter ist jetzt gar nicht mal unbedingt so angelegt, dass man jetzt zwangsläufig da jetzt so die großartige Sympathie haben muss. Oder wie ist euch das ergangen? Ja, sympathisch ist was anderes. Also sie hat natürlich durchaus sympathische Züge, wo man denkt, ja, aber also dass ich mich mit ihr hinsetzen würde und würde sagen, komm, wir trinken ein Bier zusammen, das würde ich glaube ich lassen. Wobei, das würde ich vielleicht sogar noch machen, aber alles andere halt nicht. Also sie ist halt schon, sie wirkt schon sehr desillusioniert und abgeklärt. Ja, wie es, ja, abgeklärt, wie es halt immer so ist. Ich finde bei True Detective auch so bei der ersten und auch so was ich von der zweiten und dritten so ein bisschen gesehen habe, ist, du hast halt immer diese gebrochenen Charaktere, die irgendwo hin abgestellt werden und dort halt versuchen, mit dem Rest ihres Lebens so ein bisschen was anzufangen. Und das hast du hier halt auch. Aber sie ist schon, also ein Sympathieträger ist sie nett. Ja, und hier wird sie ja tatsächlich wirklich ans Ende der Welt verbannt. Das ist ja, also da ist ja auch wirklich sonst nicht viel. Also, aber, also das musste ich sagen, mochte ich aber tatsächlich gerne. Also wer jetzt, ich weiß, ich kenne viele Leute, die können mit Serienfiguren oder was nichts anfangen, wenn die nicht direkt darauf so geeicht sind. Und, oh, ich muss die jetzt sympathisch finden und ich muss mich total mit denen identifizieren können. Also dann dürfte man sich hiermit eher schwer tun, fürchte ich. Aber ich glaube, solche Leute haben auch, glaube ich, ich weiß nicht, die erste Staffel True Detective ist, also dahingehend ja auch eher ambivalent gewesen, was die Figuren angeht. Ja, absolut. Und ich fand das halt ein ganz großes Plus. Klar möchte man seine Hauptfiguren eigentlich mögen, aber gerade bei ihr, finde ich, und das wird schon in dieser ersten Folge alleine schon klar und zieht sich dann auch so ein bisschen durch. Man findet vieles, was sie macht, vielleicht nicht so toll und denkt sich, oh Gott, also mit der kannst du doch echt nicht, das geht doch gar nicht und so. Kann die nicht mal höflicher sein, kann die nicht mal wie ein normaler Mensch mit einem umgehen. Aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder Situationen, wo du denkst, ja, und ganz ehrlich, ich wäre dann genauso. Also du schwankst immer zwischen Sympathie, weil ja die Figur auch einfach in eine schwierige Situation gebracht wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle und zwischen, nee, also mit dir trinke ich noch nicht mal ein Bier. Ja, also und das finde ich aber gut, dass du selber eben dieser Figur gegenüber so ambivalent gegenüber bist die ganze Zeit, das reizt mich als Zuschauer eher hinzugucken und dann bald zu bleiben, als jemand, der mir absolut super sympathisch die ganze Zeit über ist oder jemand, der halt die ganze Zeit nur so der Klischee-Bösewicht ist. Deswegen, mir gefällt es wirklich ganz gut, wenn es auch so ambivalent ist, weil ganz ehrlich, wir sind als Menschen alle ambivalent. Ja. Jeder ist mal ein Arschloch oder mal nett und hier wird auch relativ schnell auch klar und auch schon in dieser ersten Folge, in welchen Zusammenhängen sie halt so burschig-hoß und harsch ist und in welchen eher nicht. Ich fand es ja grandios, wie sie eingeführt wird, wie sie halt an den Tatort kommt und dann, also jetzt ohne zu viel zu verraten, aber da läuft ja dann irgendwie im Fernsehen so eine DVD, glaube ich, oder was von Ferris Bueller. Also hier, Ferris macht Blau, der da irgendwie einen Song von den Beatles singt, von einer Menge irgendwie, so eine ganz bekannte Szene und dann versucht sie ja verzweifelt, diesen DVD-Player auszuschalten und dann kommt er echt so trocken so. Der ist halt auch richtig laut, ja, ja. Not a Beatles-Fan. Tja. Naja, aber das Ding nervt ja auch wirklich ohne Ende. Also es ging mir schon nach zwei Minuten, also ja doch, nach zwei Minuten, oh Gott, das Film macht das Ding aus und wenn nicht benutzen, Hammer! Was man in dieser, in dieser ersten Szene auch oder in dieser, in dieser entscheidenden Szene auch sieht, finde ich, man sieht auch sehr viel von ihrem Charakter, denn wir springen jetzt nach vorne, aber sie wird ja eben zu einem, du sagst es schon, Tatort gerufen und dieser Tatort ist eben eine Polarforschungsstation und die ist aber leer, aber es ist alles da drinnen so verlassen, als wären die Leute von jetzt auf gleich irgendwie verschwunden und da haben sich Luft aufgelöst. Der Fernseher läuft weiterhin, das Radio läuft weiterhin, in der Küche liegt das Essen rum, irgendwie das Licht ist an, Kühlschrank steht halb offen, also es ist so, als wenn die Leute irgendwie von jetzt auf gleich plötzlich einfach verschwunden wären. Und sie kommt da eben rein und dann sieht man, wie diese, es sind glaube ich drei Leute insgesamt, sie und zwei Deputies, wie die da halt durch die Station laufen und sich alles angucken. Und dann sieht man auch, wie sie zum Beispiel in den Waschraum geht, die Waschmaschine aufmacht, einmal in die Waschmaschine reinguckt und ich dachte noch so, warum guckt sie denn nicht die Waschmaschine? Dann geht sie weiter und ist irgendwie, guckt in der Küche einmal so über die Theke, was da so liegt, an Essen und so und so marschiert sie da durch und du denkst dir die ganze Zeit nur so, ja okay und dann plötzlich am Ende, wenn sie sich miteinander unterhalten, dann kommt raus, dass sie eine unheimlich scharfe Beobachtungsgabe hat und die entsprechenden Schlüsse daraus zieht. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Leute, die in dieser Station verschwunden sind, mindestens 48 Stunden schon verschwunden sein müssen, weil nämlich die Wäsche im Wäschetrockner schon anfängt, so ein bisschen muffig zu rieten und das macht sie ja normalerweise nur, wenn sie länger eben in der Maschine liegt, weil zum Beispiel die Mayonnaise auf dem Sandwich, das irgendwie da in der Küche liegt, irgendwie auch schon angefangen hat zu grinnen und das macht sie ja in der Regel auch erst, wenn sie einige Stunden draußen, also ist aus dem Kühlschrank und so. Und so erzählt sie eben diese verschiedenen Dinge, die ihr aufgefallen sind und du hast gleich den Eindruck, dass sie zumindest, was ihren Job angeht, doch sehr kompetent ist, wenn auch jetzt nicht unbedingt mit den besten Social Skills, was ihre Kollegen oder Untergebenen angeht. Ja, definitiv. Also ich muss dazu auch sagen, wie gesagt, ich bin ja, Schweigen der Lämmer ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und auch die Art und Weise, wie sie hier etabliert wird, hat mich daran erinnert, weil sie spricht gar nicht viel. Und das, was wir sehen, was sie tut und was sie dann da am Ende für Rückschlüsse draus zieht, das sagt, wie du schon richtig angemerkt hast, sehr viel über ihren Charakter aus. Und ganz ähnlich wird Starling auch in Schweigen der Lämmer eingeführt. Also da macht sie ja irgendwie so einen FBI-Trainingsparcours und spricht dabei auch nicht, aber die Art und Weise, wie sie das bewältigt, was man ihr, also wie sie Herausforderungen angeht und auf welche Art und Weise und wie sie darauf reagiert, das sagt schon alles so viel über sie als Figur und ihre Vorstellung, ihr Pflichtbewusstsein etc. aus. Das fand ich hier auch richtig, richtig gut. Bin da auch ein kleiner Fanboy. Also das kann ich auch nochmal in der Hinsicht sagen, es war klar, dass man jetzt mit Jodie Foster, also ich meine, die hat eigentlich selten irgendwie Figuren gespielt, die jetzt irgendwie so typische Sympathieträger sind. Die spielt meistens sehr selbstbewusste, intelligente Frauen, die sich nichts sagen lassen, aber auf der anderen Seite auch immer eine gewisse Verletzlichkeit ausstrahlen. Und das kommt hier auch durch. Aber um jetzt auch mal ein bisschen von Jodie Foster wegzukommen, das ist vielleicht das Schöne bislang an dieser Staffel, oder? Natürlich ist sie der große Selling Point, aber die Staffel wirkt nicht so, als wäre sie um sie herum konzipiert worden. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil Jodie Foster ist hier nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch hat, also hat das Ganze auch mit produziert, ist also auch eine treibende Kraft dahinter. Aber alle anderen drumherum sind auch exzellent besetzt. Da komme ich dann jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu Sven. Sven hat nämlich in der Serie, glaube ich, schon einen neuen Liebling gefunden, oder? Oh ja, ich liebe Kelly Rice. Also ich kannte sie auch überhaupt nicht. Es war ja auch wirklich ihr, von ihrem Sportfilm mal abgesehen, eigentlich wirklich ihr Debüt. Und sie ist mir nach der ersten Folge schon wirklich aufgefallen, wo ich gedacht habe, okay, wer bist du und wo warst du die ganze Zeit? Weil ich finde, und das ist wirklich so, also ich kann eigentlich nur Lobgesänge auf sie abliefern, weil das gerade mit so einer Besetzung, gerade neben Jodie Foster, sie ihr teilweise schon ein bisschen, also so war es meine Empfinden. Die Show stiehlt. Sie bringt es wirklich absolut auf den Punkt, schauspielerisch sehr, sehr gut. Und ja, also ich war begeistert. Jedes Mal, wenn sie ins Bild kam, habe ich innerlich gejubelt. Kanntest du das Gesicht in Brittenmarie? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Das ist ja, glaube ich, eine ehemalige Kampfsportlerin, soweit ich weiß. Ich wollte gerade nochmal fragen, hat sie, weil du sagst ihr Sportfilm, ich hatte das Gefühl, sie kommt mir vage bekannt vor, aber ich kann mich da auch täuschen. Aber hat sie nicht diesen Leichtathletikfilm gemacht oder verwechsel ich sie jetzt? Nee, sie ist zweifache Weltmeisterin im Boxen, also mit der würde ich mich tatsächlich nett anlegen. Und die hält die noch in zwei verschiedenen Verbänden und ist da auch die ganze Zeit noch aktiv gewesen. Also es ist nicht nichts mit ehemalig, sondern ich hoffe jetzt wirklich, dass es sagt, okay, wir schieben es Boxen vielleicht so ein bisschen in die eine Ecke, machen das ein bisschen weniger und konzentrieren uns jetzt auf Schauspielerei. Und ich hoffe halt wirklich, dass es kein, ich glaube mir, dass es so ein Alltagsfeuer, also so eine Eintagsfliege sozusagen war, weil die liefert ab. Ich bin jetzt gerade hier am gucken, was sie noch gemacht hat, aber tatsächlich habe ich nichts davon gesehen. Also kann ich sie nicht kennen. Aber ich finde nicht, dass sie die Show gestohlen hat, das nicht. Aber ich fand, sie kann durchaus, wie sagt man so schön, wenn wir jetzt beim Boxen sind, also eins zu eins, she can go toe to toe with Jodie Foster. Also die beiden nehmen sich nichts, die machen sich, genau, das ist auf Augenhöhe, die machen sich besser gegenseitig, die spielen sich aneinander ab sozusagen. Und das finde ich super. So macht es auch echt Spaß, ja. Und dass man nicht die ganze Zeit immer das Gefühl hat, da ist eben ein großer Schauspieler und ein kleiner. Und du hast gesagt, sie ist exzellent besetzt. Also sie liebe ich auch sehr. Aber tatsächlich auch bis in die kleinste Nebenrolle hinein hast du hier Leute. Also wenn ich zum Beispiel schaue, wir haben hier Hank Breyer, John Hawks und wir haben Peter Breyer, Finn Bennett und John Hawks. Ich verwechsel mal die Vorname, weil das ist der Vater, Hank und der Sohn, genau, ist Peter. Und ich kannte Finn Bennett ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Fand ihn aber super. Und John Hawks als Hank Breyer fand ich, hat auch richtig, richtig toll gespielt, ja. Und dann taucht ja auch noch, können wir das spoilern? Ich weiß es nicht. In Folge 2 taucht ja dann auch noch Peter Eccleston auf, der sowieso auch ein super Schauspieler ist. Also ich war tatsächlich begeistert. Es ist wirklich alles richtig, richtig toll. Fiona, Fiona Shaw taucht auch auf. Ich glaube, taucht gleich in der ersten Folge auch auf, da haben wir nichts gespoilert. Also es ist wirklich bis in die kleinsten Rollen super besetzt. Und die Leute, finde ich, merkt man schon, haben auch echt Bock gehabt zu spielen. Also Christopher Eccleston kenne ich persönlich. Ich glaube, der hat ja nicht sogar, ich glaube, der hat diesen Dunkelelfen sogar bei Marvel gespielt. Kann das sein oder verwechsel ich den jetzt? Ehrlich gesagt wird Christopher Eccleston für mich immer, immer, immer Doctor Who Number Nine sein. Ah ja, okay. Nummer neun. Aber das will er vielleicht selber gar nicht so hören. Vielleicht möchte er für andere Dinge erinnert werden, aber ja. Ja, also ich kenne ihn vor allem aus der Serie The Leftovers, auch schon auf HBO. Fand ich ihn auch ganz großartig. John Hawks ist so ein Gesicht, was man auch immer mal wieder sieht, zum Beispiel auch als geschasster Ehemann oder eher, ja, weggelaufener Ehemann in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Den sehe ich auch sehr gerne und ich möchte, also finde ich, finde ich einfach schön und auch im Hinblick jetzt dann auf Jodie Foster. Du hast es schon richtig gesagt, die, die haben alle echt Bock zu spielen und es ist nie so, also du hast nie das Gefühl, selbst auch bei den Jungschauspielern, dass die irgendwie so völlig in Ehrfurcht erstarrt sind, dass sie da jetzt mit Jodie Foster spielen, sondern das, das ist, das ergänzt sich alles wunderbar. Ja, also auch zum Beispiel die, die ihre Tochter spielt, die hat ja, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also ihre Figur Liz Danvers, die hat ja, glaube ich, eine indigene Tochter, ne? Stieftochter, ja. Genau, Stieftochter. Ja, genau. Und das ist, das ist auch wunderbar zwischen denen, also allein, wie ihre Tochter eingeführt wird in, will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber da erwischt sie ja Jodie Foster, also ihre Stiefmutter bei etwas, ja, Unschicklichem, sage ich mal. Genau, und was ich aber dann viel spannender fand, also Lea, was ist das, was ich viel spannender fand tatsächlich war dann aber, was hinterher passiert ist, also natürlich hat sie dann eine Auseinandersetzung mit ihrer Tochter und dann auf dem Heimweg haben sie fast auch noch einen Unfall. Genau. Und die Reaktionen, die dann zur Tage kommen, die fand ich auch sehr bezeichnend. Ich finde, sie haben es sehr clever gemacht, mit wirklich zwei, drei expliziten Szenen, wie so ein grober Strich, wenn einer anfängt zu zeichnen, weißt du, eine Figur zu zeichnen oder so, diesen Charakter einfach sehr, sehr gut in dieser ersten Folge gleich für den Zuschauer klarzumachen. Ich finde, man weiß nach dieser ersten Folge ganz genau, wie man da vor sich hat. Ja. Natürlich gibt es hier und da noch Feinheiten, Details, Geheimnisse, kleine oder so, aber so im Groben und Ganzen wusste ich sofort, welcher Charakter, welcher Typ Jodie Foster hier ist, welchen Typ sie hier repräsentiert. Und ähnlich tatsächlich ging es mir auch mit Navarro, also quasi der zweite Teil dieses Detektivs-Dos. Und ich finde, das ist richtig gut gelungen, also vom Drehbuch her und allem. Fand ich eher nett, ich fand es eher interessanter, weil ich auch so, ich habe wirklich am Anfang keinem getraut. Ja. Weil ich fand, also dadurch, dass du nicht alles erfährst, also zumindest ging es mir so, du erfährst nicht alles, es kommen immer wieder kleine Teile zugeflogen, die sich dann zu einem Bild zusammensetzen. Klar, okay, mit dem Unfall hast du schon irgendwie assoziiert, okay gut, da muss irgendwas in der Vergangenheit auch passiert sein, so wie sie reagiert haben. Aber gerade bei so Serien bin ich da mittlerweile echt vorsichtig, weil ich dann auch denke, ja okay, das ist clevere Unterhaltung und du weißt nie, wohin sie sich wirklich entwickeln. Ja. Also fand ich es eher immer zwar noch so ein bisschen undurchsichtig und du hast so einen leichten Nebel der Unwissenheit drüber schweben. Weil es kann auch gut sein, dass zwei Folgen später auf einmal sie der Amokläufer ist oder sie irgendwas macht oder das finde ich eigentlich gerade so bei den True Detective Sachen, also gerade erste Staffel und jetzt bei der vierten, hat es immer noch so, das schwebt so im Hintergrund, also zumindest ging es mir so. Ja, das war ja auch bei der ersten Staffel auch so, dass, also selbst hier Matthew McConaughey und Woody Harrelson, die waren ja auch nicht von jetzt auf gleich ein Herz und eine Seele, ne, die haben sich ja sehr aneinander gerieben und hier ist das ja auch so, man merkt ja auch, dass, also besonders am Anfang haben ja Jodie Foster und Kay Lee Rice Figuren wirklich sehr starke Vorbehalte gegeneinander, überhaupt was miteinander zu tun haben zu wollen, ne. Ja, das schlüsselt sich ja auch erst so nach und nach auf. Ich muss dazu ja anmerken, ja, ihr wart so geistesgegenwärtig, das relativ schnell wegzubinchen und ich habe leider nur zwei Folgen geschafft, unter anderem wegen technischer Probleme. Wir gehen natürlich jetzt nicht so auf die weiteren Folgen ein, worauf man aber noch eingehen kann, ist so ein bisschen die Inszenierung des Ganzen. Da kann ich schon mal sagen, ich fand das, also die Bilder sind unglaublich atmosphärisch, teilweise sogar wirklich von der Tundra. Mitunter hatte ich aber auch das Gefühl, da könnt ihr mir dann vielleicht weiterhelfen, als jemand, der eben nur ein Drittel jetzt gesehen hat, dass es teilweise fast schon so ein bisschen flirtet mit dem Übernatürlichen mitunter. Also insbesondere die Einführung und auch alles später drumherum, was da noch kommt, so bei Fiona Chance Figur, wirkte auf mich fast schon ein bisschen kryptisch. Vielleicht könnt ihr ja mal sagen, zumindest so halbwegs spoilerfrei, wie sich das noch entwickelt in die Richtung. Das kannst du leider nicht spoilerfrei, würde ich behaupten, kommentieren. Oder Sven, du kannst dich ja versuchen, aber ich habe da eine sehr dezidierte Meinung dazu und die kann ich leider hier nicht kundtun, ohne dass ich alles spoilere. Also es ist ja wirklich so, dass unsere Meinungen über das Ende ja getrennt sind. Also ich empfinde es anders als du. Da bin ich echt mal gespannt. Damit fängt es schon mal an. Das ist schon was Schlimmste. Und Fiona schon raucht pur. Tut sie. Die ist super, die Frau. Ja, also man muss sagen, in der ersten Folge wird relativ häufig die DVD von The Thing gezeigt. Ja. Und zwar nicht nur einmal. Und da dachte ich noch, okay, gehen wir tatsächlich einen übernatürlichen Weg und gehen eher in Richtung Sci-Fi mit Krimieinlagen. Also es ist ja so, ich finde es auch in der ersten Staffel, es ist immer ein gewisser Mythos, der gerade immer diese Region halt betrifft, ist immer allgegenwärtig. Das ist hier auch. Wer jetzt aber denkt, oh cool, jetzt kommen das Ding mäßige Monster-Effekte, das wird nicht passieren. Es rangt sich auch viel um die Einheimischen mit ihrem Background, aber das Übernatürliche hält sich in Grenzen. Also es sind jetzt keine wackelnden Wände oder sonst irgendwas, das wird auch nicht passieren. Aber du hast schon so diesen, diesen, diesen Mythos, der ist schon da, der ist auch immer so wie der Ersten. Ja, 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 das ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Aber es ist kein Sci-Fi. Es ist trotzdem eine Krimiserie. Ja gut, das ist das auf jeden Fall. Wir können vielleicht noch was sagen, die Staffeln True Detective, also ob man die jetzt so beachtet hat oder nicht, die haben ja immer sehr ikonische Vorspannsequenzen. Und jede Staffel ist da ja auch sehr anders. Hier machen sie natürlich da auch keine Ausnahme, auch wenn es, ja, ich weiß nicht, Britt-Marie, du meintest ja schon, du würdest dich nicht so anschließen, dass das hier, oder was, Sven, dass das praktisch hier eine Neuerfindung der Marke ist. Aber was das angeht, bleiben sie dem Ganzen schon relativ treu, oder? Ja, ich habe es tatsächlich auch eher so wie Sven gesehen als eine Fortsetzung. Und da das in sich abgeschlossen ist, ist das für mich, also war das für mich einfach eine, ja, also ich meine, es ist ja sowieso, es basiert ja sowieso alles nur lose aufeinander. Was haben denn die Staffeln miteinander gemein? Eigentlich gar nichts, außer dass sie jedes Mal sich um einen Mordfall drehen und es jemand ermittelt. Also weißt du, was ich meine? Ja, 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 nur dass sie auch eben, also die ersten drei Staffeln, die sind ja alle vom selben Autor. Und wir haben ja jetzt hier mit Isa Lopez eine komplette Newcomerin, sowohl bei Skript als auch Regie. Ja, ich finde aber nicht, dass man das so deutlich sieht. Also es ist einfach, ich weiß nicht, wie viel dem tatsächlich geschuldet ist, dass es jemand anders ist, der jetzt hinter dem Steuer sitzt. Oder ob es einfach uns so anders vorkommt, weil eben der Ort, an dem das Ganze spielt, so anders ist, als das, was wir gewöhnt sind. Weil das kommt natürlich auch noch hinzu, der Ort, der ist ja auch sehr im Intro dann vertreten, ne? Ja, ist halt sehr, sehr extrem. Aber ich finde es, ich finde es so gut, dass es endlich mal, ich liebe so Schneesachen. Ich liebe es, wo du dann wirklich nur so ein paar Meter weit guckst und du weißt nicht, steht vielleicht irgendein Psychopath zwei Meter neben dir und du siehst ihn halt einfach nicht. Aber er sieht dich. Ja, super. Ich habe auch generell den Eindruck, dass sie da so ein bisschen fast mit dem, sonst kann Britt Marie da vielleicht noch was zu sagen. Ich hatte so das Gefühl, dass sie vielleicht auch so ein bisschen rüberschielen zu skandinavischen Krimis damit, oder? Ich hatte auch so ein sehr, sehr starkes Nordic-Noir-Feeling. Überhaupt auch diese, die ganzen Detektive, die man in diesem Genre ja findet, sind ja eh alles gescheiterte Existenzen. Es hätte gerade noch gefehlt, wenn sie jetzt noch Opa anschmeißt oder so. Aber nichtsdestotrotz, ja, man hatte schon so ein leicht Nordic-Noir-Feeling. Aber ich finde aber, sie haben dem Ganzen doch nochmal eine andere, so ein bisschen einen anderen Anstrich gegeben. Weil wir ja tatsächlich in Alaska sind, beziehungsweise in den USA und wir diesen indigenen Touch mit in dieser Serie mit drin hatten. Das fand ich noch sehr, sehr spannend. Also das hat auch wirklich, finde ich, war sehr bereichernd. Nicht nur, dass wir eben jetzt Navarro hatten als eine indigene Vertreterin in der Polizei, sondern man ist ja auch immer wieder Leuten begegnet und Aberglaube, der sich auch aus der Kultur heraus eben vielleicht entsponnen hat und so weiter. Also das fand ich sehr spannend. Und grundsätzlich hast du recht. Das Einzige, wo ich so ein bisschen, ich kann auch nicht mal sagen skeptisch, weil ich es persönlich nicht so schlimm fand. Aber es ist natürlich schon so, ihr habt es gesagt, das Ding heißt Night Country und wir haben im Grunde die ganze Zeit Nacht. Beziehungsweise es ist halt natürlich sehr, sehr dunkel und es ist Winterzeit und so weiter. Da wird ja eh kaum hell. Und diese ganze Serie, man hat das Gefühl, spielt eigentlich nur Nacht. Ja. Und selbst wenn die mal Tag haben, ist es auch nicht besonders hell und alles so grau und trist und irgendwie drückend und so. Und ich kann euch ja aus persönlicher Erfahrung sagen, ja, das ist dann auch so tatsächlich. Aber ich kann halt verstehen, wenn du als Zuschauer dann da sitzt und sagst, oh und noch so eine dunkle Folge, ey, können wir nicht mal ein bisschen was anderes sehen? Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn du sowas hast, wo die Kamera dauernd wackelt und nach einer halben Stunde denkst du dir, so, jetzt ist genug gewackelt. Und hier ist es genauso. Wenn die Episoden immer nur im Dunkeln spielen, denkst du dir spätestens nach der dritten Episode, bisschen Licht zwischendrin war auch ganz schön. Ja. Mich persönlich hat es nicht gestört. Ich fand es gut und es war sehr, sehr atmosphärisch. Oh ja. Es hat dem Ganzen so, ja, so dieses Geheimnisvolle auch irgendwie Gruselige und so gegeben. Aber am Stück kann das, glaube ich, echt auch ein bisschen nervig sein. Das Interessante ist, ich dachte tatsächlich, als ich angefangen habe zu gucken, habe ich gedacht, naja, das ist so wie 30 Days of Night und habe mir dann irgendwie gedacht, okay, 30 Tage geht aber eigentlich. Dann habe ich nochmal nachgelesen und nee, nee, das sind mal drei Monate, wo es nämlich so ist. Da wirst du ja mega depressiv. Ja, 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 ja. Ich musste auch sehr an, das ist ja bezeichnenderweise ein Remake eines skandinavischen Films hier, Insomnia von Christopher Nolan. Das basiert ja auf Schlaflos, glaube ich, aus Schweden oder Norwegen, ich weiß es nicht. Und das spielt ja da auch in so einer Region, wo wirklich, obwohl, nee, genau, da ist es umgekehrt, da wird es ja nie dunkel. Ja, wobei das aber geht. Das geht, das ist so ein Dämmerlicht. Also ich war schon mehrfach in, damals, als ich noch jung und knackig war, in Norwegen und Schweden und das ist so ein Dämmerlicht, da kannst du trotzdem pennen, das geht. Hm, ich ergänze Norwegen, norwegischer Film von Erik Schellbjerg. Achso, genau, mit, mit Stannis Gaskart in der Hauptrolle, glaube ich, ne? Hm, vielleicht, so weit habe ich noch nicht gegoogelt. Okay, ansonsten, ich habe den Namen eh gerade grottenschlecht ausgesprochen, wahrscheinlich. Äh, naja, ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Ende von dem Ersteindruck, wenn ihr nichts mehr habt, was euch so auf den Nägeln brennt und was halbwegs Spoiler, Spoiler frei ist. Naja, also wir haben ja schon gesagt, worum es eigentlich geht, nämlich, dass sie ja eben diese leere Polarstation finden, wo ja eigentlich eine ganze Gruppe von Forschern sein sollte und die sind dann eben nicht mehr da. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist passiert? Wo sind die? Sind die tot? Sind die am Leben? Sind sie entführt worden? Also, oder haben die sich in Luft aufgelöst? Oder also, was ist los? Und das finde ich tatsächlich eine sehr gute Prämisse. Das hat mich gleich neugierig gemacht, weil man ja auch weiß, da draußen ist auch so eine, ähm, so eine Umgebung mit Schnee und Kälte und so weiter. Man kann da auch nicht lange überleben, wenn man nicht irgendwie seine Jacke und alles anhat und wenn man da alleine irgendwie draußen umherirrt und so. Also, ich finde das alles wirklich richtig spannend. Das fing mit dieser ersten Episode an und ich dachte, okay, gut, hooked. I'm in. Weiter geht's. Also, das hat schon richtig gut funktioniert. Ja, vor allem die Schlussszene hat mich spätestens dann gehuckt von, von, äh, der ersten Folge und dann die Überleitung zur zweiten. Ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber da. Wobei auch, also ich finde, da fängt's schon an, etwas unrealistisch zu werden. Nichtsdestotrotz, äh, ja, es ist wirklich richtig, richtig spannend gemacht. Ja, ihr habt's ja beide relativ straight weggeguckt, ne? Also, du, ja gut, äh, du, äh, hast ja, ich glaube, an einem Abend hast du die Screener weggebinged. Ja, ja, ich hab das einfach einmal weggebinged, genau. Ja, aber das ist bei, bei der ersten Staffel True Detective war das, glaube ich, bei mir auch so ähnlich. Sven, du hast dir ja ein bisschen mehr Zeit gelassen. Zwei Tage. Also, ich hab mit drei Folgen. Du hast nur einmal kurz, äh, ein Frühstück zwischendurch gegessen. Du sagst es. Ne, das war aber auch so. Also, das ist atmosphärisch super, das hat mich direkt abgeholt. Ich war wirklich sofort drin und dachte, hey, geil, am liebsten wär's mir eigentlich, wenn er da noch so eine Axt hinter sich herschleifen würde. Aber ich mein, gut, wir sind bei True Detective und nicht beim Kettensägen-Massaker. Aber, ne, es ist spannend, super Charaktere, alles prima. Ich hatte echt meinen Spaß und ich bin so auf den Schluss gespannt. Ja. Wie denn andere Leute interpretieren, ob ich komplett falsch lieg, kann auch sein. Ja, ja. Oder ob ich's einfach halt auch nicht verstanden hab, weil die am Schluss halt auch wirklich nuscheln. Jetzt wird ganz viel am Schluss genuschelt und gewispert und... Also, wir hatten noch keine Untertitel, als wir uns das angeguckt haben. Ja. Also, ganz ehrlich, aber genau das hatte ich auch in der ersten Staffel schon von True Detective mit diesem südlichen Dialekt quasi, also Südstaaten. Ich muss dir sagen, ich würde sagen, 90 Prozent hab ich verstanden. Ich fand's jetzt nicht so schlimm, auch hier fand ich's nicht so schlimm. Aber es gab ein, zwei entscheidende Stellen, wo ich mir tatsächlich Untertitel gewünscht hätte, weil ich das Gefühl hätte, ich hab eben hier voll den wichtigen Clou verpasst. Und dann spulst du zurück und hörst nochmal, aber du hörst ja, ihr kennt es ja selber, wenn du einmal irgendwas gehört hast, dann hörst du immer das Gleiche. Also, das ist dann so wie Chinesisch. Das ist dann so, ich weiß jetzt nicht, was sie gesagt haben. Und deswegen, ich würde euch also empfehlen, die Untertitel vielleicht anzustellen. Ja, das ist schon, du hast schon recht. Ich glaube, dass beide Interpretationen, die wir haben von dem Ende, tatsächlich auch so ambivalent und absichtlich offen erzählt werden. Ich glaube, das ist schon Absicht auch. Aber ich hab grundsätzlich, glaube ich, eine andere Einstellung, was so die gesamte Erzählung an sich angeht von dieser Serie als du. Aber das ist schon jetzt sehr viel schon gesagt dafür, dass wir eigentlich nichts sagen wollten. Ja, es ist jetzt auch dann auch erstmal eine Weile. Also, Mitte Januar startet sie jetzt erstmal. Dann kommen ja die sechs Episoden so nach und nach. Ich hätte dann schon Lust, also, ja gut, ich kann sie jetzt dann halt erst im Verzug gucken. Aber ich hätte dann schon Lust, tatsächlich einen Spoiler-Cast dazu zu machen. Das scheint es auf jeden Fall herzugeben. Also, ich hab ja bei euch schon, man muss dazu wissen, wir haben in der internen Discord-Gruppe geschrieben und manche Posts sehen da aus, als wäre da die Stasi am Werk gewesen. Ja. Aber immerhin haben wir dran gedacht, es zu schmerzen vorher. Ja, ja. Ach, ja, ich muss da sagen, also, ich persönlich bin jetzt nicht der riesen Spoiler-Fubiker, aber hier möchte ich halt schon nicht so viel vorab wissen. Was ich noch gerne von euch wissen würde, weil ihr ja alles gesehen habt, in den USA, die Stimmen nach dem Fall des Presse-Embargos am 2. Januar war das, glaube ich, schon, sind ja wirklich sehr, also, geradezu euphorisch. Da heißt es ja schon wirklich, das ist so gut wie seit der ersten Staffel nicht mehr. Würdet ihr euch da anschließen oder wie sieht es aus? Boah. Willst du? Es ist gut, es ist für mich nicht so gut wie Staffel 1. Staffel 1 war für mich tatsächlich noch ein Tick besser. Ich finde tatsächlich, das traue ich mich hier schon fast gar kaum zu sagen, aber ich, also Jodie Foster hat super gespielt, aber ich fand sie schwächer, als ich erwartet habe. Vielleicht, oder vielleicht, wenn man es umdreht, ist ja das, was Sven gesagt hat, vielleicht war ja eben, ja, Kelly Rice, genau, vielleicht war sie auch einfach nur so stark, ich weiß es nicht. Das hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz war die Serie an sich gut. Also, für mich die zweitbeste Staffel. Staffel 1 war, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Erwartungshaltung jetzt natürlich auch höher ist. Also, Staffel 1 hat mich damals wirklich total überrascht. Es kam aus dem Blauen und ich finde auch, die Figuren in Staffel 1 sind für mich tatsächlich vielschichtiger als jetzt hier in dieser Geschichte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Euphorie kann ich unterschreiben, finde ich gut. Aber für mich ist Staffel 1 immer noch die beste Staffel. Okay, Sven, wie sieht es bei dir aus? Es ist wirklich schwer, weil ich in der ersten Staffel halt gerade Harrelson und McConaughey mega geil finde. Ich bin jetzt kein Über-Foster-Fan. Ich bin super Schauspielerin, aber ich hatte jetzt meine Erwartungshaltung tatsächlich nicht so immens hoch angesetzt. Und ich wurde überrascht, gerade auch durch Neuentdeckungen. Und die war gut. Na, nee, die war sehr gut. Also, ich würde, na, ich sehe auch Staffel 1 einen Ticken stärker. Okay. Aber 2 ist absolut, also die vierte Staffel ist auch absolut wirklich grandios. Es ist ja mal auf hohem Niveau. Also wirklich. Wenn wir jetzt hier sagen, 1 war ein Tick besser als 4, dann ist 4 tausendmal besser als 2 und 3. Also, das ist nicht vergleichbar. Es ist wirklich einfach qualitativ sehr, sehr hochwertiges Fernsehen oder Streaming. Ja, gut. Dann denke ich, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen genug angeheizt haben und mich vor allem auch, weil mir fehlen ja noch zwei Drittel von der Staffel. Beziehungsweise da eigentlich so, ja, jetzt geht es ans Eingemachte. Also, ich habe mich schon sehr geärgert, dass ich es aufgrund technischer Gegebenheiten nicht weitergucken konnte. Ihr da draußen könnt es, wie gesagt, ab Mitte Januar auf Sky sehen. Erscheint jedes Mal in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also wirklich parallel zur HBO-Ausstrahlung. Ich würde sagen, damit beschließen wir das hier. Ja, doch, ich würde gern schon einen Spoiler-Cast machen. Allein schon, dass wir uns dann noch mal irgendwie austauschen können über das Ende, wo ihr mich jetzt wirklich so langsam kirre macht. Aber damit würde ich sagen, belassen wir es erst mal dabei. Müssen wir da mal gucken, wann wir den Spoiler-Cast aufnehmen beziehungsweise dann veröffentlichen. Ansonsten checken wir hier aus. Ihr dürft auch noch was anderes auschecken, nämlich unsere Website tele-stammtisch.de oder bei uns auch auf sämtlichen gängigen Podcast-Plattformen. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt. Und damit haben Sven und Britt-Marie das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal. Ciao, ciao. Ja, ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen. Viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Review. Ja, sehe ich genauso. Viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.